hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen special folge mit dem antoni servus ich bin es euer toni besucht meinen kanal erst mal wirbung machen sehr gut nein und zwar wir spielen hier dragons and titans was es ist wissen wir nicht ich klicke einfach mal bei dir auf team alter du bist in dem team already und da steht auch ein team dein name so rechts siehst du auch diese komische frau oben links ja was passiert wenn ich die anklicken weiß ich nicht möchte ich nicht wissen ich will ich nicht wissen ich klicke jetzt einfach mal prologue da steht complete the first date of the prologue ja doch wir müssen prologue machen erst okay prologue clay hey if you're trying to sing and play with you ja das singen halt egal was egal ob wir machen es das nächste i see you have the mark of potato dragon lord you will be put to the test ja geil wenn du deine maus dreht sich der auch ok die steuerung ist ein bisschen komisch die ist komisch aber das kann glaube ich ganz geil sein das spiel das kann weil die steuerung ist so ein bisschen wie bei torchlight 2 ah ok cool ist das hast du das gespielt torchlight 2 nein ich schon das war ja mal so ähm konnte man ja frei bald spielen brauchen dann ist es richtig geil ich habe überhaupt keine ahnung was man hier machen muss aber ich glaube es ist sowieso ähnlich wie mmo und wie mmo und so diabolos die abläuft weil die blöcke ich nicht aber okay ähm kennt euch nicht ich interessiere mich für mmo und hoes nicht oder was auch immer diablo ist und muss ich jetzt hilfe warte warte ok ah hier ich muss es erst eins haben gott so verwirrend well done ernsthaft fledermäuse ich weiß es nicht alter das sind wirklich fledermäuse well done dragonrider ja da war ich gerade eben jetzt kämpfst du gleich gegen die bad attack oh nein ja oh nein get ready oh ich bin fertig act complete continue 2500 kristalls was kann man damit machen ich hab keine ahnung ich auch nicht aber jetzt hab ich ein rank da steht jetzt rank 1 oben act completed war geil jetzt hast du auch einen rank du bist ja und prolog nummer 2 warum bist du bei mir offline das ist doof ja weil wir singeln ja spielen unlock now item is not ok ah wir spielen jetzt die zweite mission da vorne ok 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 continue 7 sieht ganz gut aus nein ok die machen mir aua ja du hast gewonnen experience spend ein point auf grang fireball attack wow cool wie kann ich das ah hier hier im klus ah cool ich finde das kannst ist irgendwie ganz geil bei der zweiten mission wenn du es gerade angefangen hast darfst du jetzt auch Q und W drücken oder was warte warte das ist cool cool das ist echt ein Mixer so ganz viel spielen die Steuerung das erinnert mich echt an viele Spiele Warte wrohen muß ich es verwirrt mich warte wuhen muß ich es verwirrt mich warte wunang muß ich es verwirrt mich ja ich bin auch hier jetzt muss ich daran okay aber die grafik geht übel finde ich also für ein spiel was 500 mb groß ich habe das zweite auch ich habe jetzt wieder was kann man mit dem kristall aber wahrscheinlich seit drachen dann auch jetzt kann ich mir so komische drei dracheneier kaufen genau 5000 kristalle wer hätte das gedacht ich habe so komische feuer tracht heute ist full online ich habe so richtig geilen krass gekriegt was muss ich jetzt machen continue und jetzt kannst du dir an dracheneier kaufen ich habe so einen hellen reich gekriegt dann wie heißt der andere leidtmar wird und neidmar drachen kriegst du sie voll geil auf okay ich habe nicht egal also nicht bei dem gespielt aber ich habe keine 5.000 hervorragend noch ok also kommt mir jetzt konnte eine eier alles kann ich noch aus mit welchen spielen möchte okay das war gut was und jetzt chronolog ach nein mal und weißt du was das ist äh ein verschiedener skin für deinen drachen wenn du ihm den skin gibst hat er entweder mehr schaden oder mehr äh abwehr ja 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 genau ich mache Feuer hast du ich habe auch ich habe zwei verschiedene Feuer der eine heißt neidmar der hat heading to battle okay okay der hat ein bisschen weniger leben aber dafür mehr ähm verteidigung und defense continue lass mal dann gleich versuchen zusammen zu spielen soll ich neidmar sieht voll geil aus gehört an donny ja heading to battle was passiert jetzt oh ich habe glaube ich ein spiel geschapert das ist das ist das ist glaube ich alt der drache ist ich schieb so ein Mist auf Feuer und so schatten naja ich auch hast du denn hast du auch den neidmar Drachen so schafft Flügel und dann kommt es und Feuermäßig in und rücken oh du kannst es über Upgrade wenn du ein paar mal den killst ja das ist voll geil was ist denn das oh aber was ich mache oh hä interessant all to äh follow the compass halt sehen wenn er stärker ist als der davor oh Gott jetzt hier rein aber bisher merke ich noch nix davon ähm gorn spürst du was das der stärke ist? nö ähm ich weiß auch nicht was sie auf wehe hat ja keine ahnung was das bringt überhaupt ah ok mana ist low warum ist mein mann an und hat auch gar nichts gemacht das lehrt auf oh ich bin jetzt auch äh das ist ja wie bei leekonflet und das bin ich level 2 im spiel und was ist passiert warum ah ja äh das ist ja wie bei leekonflet und da ok ok interessant ja warte was muss ich jetzt helfen warte dahin nein warte dahin nein du musst dich das habe ich auch noch special points ach interessant umgekehrt und auch dann der fb ist und zwar angezeigt so jetzt kommt ja alter alter ja der ist überhaupt nicht stark ne 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 bestimmt nicht alter wenn du weh drückst ja jetzt weiß ich was du meinst mit feuerflügeln mit was mit feuerflügeln ja das ist voll geil gell aber kann auch näher ranzoomen echt wie ab ja ja wenn du ranzoomen siehst du richtig das ding das war geil gemacht ja eigentlich alter was mach ich aber ich spiel ganz raus und das ist besser wohnen muss ich jetzt wohnen muss ich jetzt wieder feuerflügel yeah eh wohnen muss ich oh tf das haben auch gar nicht so viel mana alter wohnen muss ich antoni wohnen muss man nach dem an ok wieder in die hülle das nix mehr jetzt bitte nicht keine ahnung ich fliege hier mal gerade außen rum von der hülle weil natürlich rote punkte sind die aber in der hülle die sind glaube ich in der hülle ich fliege dann zurück also das geht schon einfach mal nach hause drück kürze ah Gott nein falsche Richtung ich fang mich warte fuck oder bin ich richtig ich geh wieder in die hülle rein ja hülle ist auch richtig echt ja ich werde das für zusammenspieler nicht single ja ja das ist auch alle nur von hoch von hoch muss man das spielen ja ja da muss man spielen da ist überall so komm 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 ah doch ja feuerflügel oh jetzt kommen ein bisschen härterer fischer ja 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 ich war so krasses battle gerade gegen ihn oh man feuerflügel haben ihn kaputt gemacht ja du auch du auch du auch auch jetzt wahrscheinlich gegen wir sind doch auch ein dragonrider oder ja ich hoffe schon oh nee jetzt muss man ich will nicht outside of the Colosseum wie weit ist der denn weg bitte ah oder oh ja der ist weiter wo ist der wo ist der wo ist der ähm geradeaus von dem Haus ding oh ich hab oh ich hab fertig fertig der geht voll schnell kaputt wenn du die feuerflügel gemacht ja ja der geht alter wow weapons hab ich jetzt freigeschalten das kommt oh man kann die kaufen wenn du fertig bist kannst du jetzt äh waffen da steht äh weapon pack drei stück für 2500 oh nee danach hab ich da kein Geld bei mir stand das gerade aber das ist jetzt irgendwie weg pho phoenix familiär was bringt das alles was ist das ne sense ok ich kann nicht weitermachen bei mir ist das ein kleines und so ein komisches zepter ok oh oh so was kann ich damit machen alter ah das das ist aber nur noch high term end oder das letzte ja aber das kann ich nicht spielen warum kann ich das nicht spielen das ist doch ich kann spielen ich nehm wieder den meint mal dran ja bei mir ist dieses dragon's back ah jetzt kann man und jetzt kann man noch auswählen welche Waffe man ok ach cool hier wird man wieder abgezockt hier kann man alter bis zu 70 Euro kann man nicht ausgeben oder Dollar oder was auch immer was ist bei mir ist das verpackt ich muss mal kurz neu starten wir sehen uns gleich wieder bis gleich ja 3 2 1 1 2 2 3 4